Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Far Cry 5 und zwar geht es heute um die Trophäe, den Erfolg tot von oben, wirf eine Bombe aus einem Flugzeug und schalte vier Fahrzeuge, gleiter dich aus. Wir werden das ein wenig anders machen als von uns verlangt, denn wir werden die Bombe, naja abwerfen schon, aber halt nicht von oben, sondern direkt von der Straße aus. Ihr solltet nach Möglichkeit schon hier den Flieger freigeschaltet haben innerhalb der Story, falls nicht, ist das nicht so schlimm, solange ihr halt irgendein anderes Flugzeug zur Verfügung habt, was Bomben abwerfen kann, weil das ist ganz ganz wichtig, das braucht ihr auf alle Fälle ein Auto, ein Auto, ein Flugzeug, was Bomben abwerfen kann. Logisch hier bei Ryan Suns bekommen wir das Ding auf jeden Fall, wenn wir da storymäßig schon so weit sind, dass wir den Charakter hier freigeschaltet haben, dann steht auf alle Fälle das Flugzeug hier immer zur Verfügung, ob das ansonsten der Fall ist, weiß ich nicht ganz genau, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch herum steht. So, den Flieger werden wir uns schnappen und nehmen dann Falls End. Ich nehme deswegen Falls End, wo ihr es macht, ist egal, ihr braucht ein Kfz-Laden, also so ein Autohaus braucht ihr auf alle Fälle in der Nähe. Ihr braucht also direkt ein Autohaus. Ich nehme Falls End deswegen, weil es hier eine wunderbare Hauptstraße gibt, auf der man herrlich landen kann. Das ist nämlich der Hintergedanke, dass wir direkt bei diesem Autohaus landen werden, um dann die Fahrzeuge um das Flugzeug herum zu parken. Das ist nämlich der Hintergedanke, was wir machen wollen. Wir brauchen also noch nicht mal irgendwie die vier Fahrzeuge abzustellen, dann abzuheben und dann die Bombe gezielt abzuwerfen, was natürlich eigentlich herausfordernder ist und einfach mehr Spaß macht. Aber der ganz einfache Weg natürlich, wenn man möchte, ist wirklich hier nach Falls End rüber zu fliegen mit, wie gesagt, einem Flugzeug, was Bomben abwerfen kann. Dann halten wir hier schön brav an, am besten direkt hier beim Autohaus und platzieren unsere Autos drumherum. Was für Autos das sind, ist auch ganz egal. Ich nehme hier den ATV, weil ganz einfach, den habe ich schon gratis freigeschaltet und deswegen kann ich den nutzen. Den könnt ihr auch direkt mehrfach in Folge spawnen lassen, seht ihr ja gleich hier bei mir. So, Großwildjäger Quad. Nehmen wir einmal, steigen ein und parken das direkt vor dem Flugzeug. Schöner dran. Fahrzeug verlassen. Zurück. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen schneller. Fahrzeug wieder spawnen lassen. Ihr könnt gleich direkt das nächste Fahrzeug wieder spawnen lassen. Ihr müsst nur kurz einsteigen. Das ist also wirklich Pflicht. Ihr müsst kurz einsteigen, mit dem Ding kurz angefahren sein und dann könnt ihr halt einfach davon so viele spawnen, wie ihr lustig seid. Und dann halt diese schön um das Flugzeug drumherum parken. Und wenn wir dann alle vier eingeparkt haben, dann werden wir in den Flieger einsteigen. Deswegen macht das auch so, dass ihr die Fahrzeuge so parkt, dass ihr auch noch bequem einsteigen könnt in den Flieger. Dann einfach die Bombenklappe öffnen, Bombe abwerfen, während wir hier am Boden stehen. Und das war es, was wir machen müssen. Mehr ist dafür also nicht notwendig. Dafür müsst ihr ja dann den linken Trigger ziehen, glaube ich. Steht ja auch Bombenvisier. Linker Trigger oder halt L2 dann halt auf der PS4. Dann mit dem rechten Trigger oder mit R2 die Bombe abwerfen. Wir sterben. Die Fahrzeuge auch. Erfolg freigeschaltet. Tot von oben. Mehr ist nicht zu tun. So leicht kann es aber auf alle Fälle auch manchmal sein. Ich hoffe, das kleine Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn dem so war, lasst doch einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Abonniert den Kanal. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr hier kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Kudi.